Du planst deine Finanzierung und stellst dir die Frage, ob KfW Sinn macht. Heute geht es darum, inwieweit du deine Finanzierung mit dem KfW 124er Programm optimieren kannst. Du hast bei einer Finanzierung immer die Möglichkeit, auch mit Förderprogrammen zu arbeiten. Und die bekannteste ist sicherlich die KfW Bank. Die KfW Bank bietet neben energetischen Fördermöglichkeiten auch ein Standardprogramm an, was sich das KfW 124er Programm nennt. Bei diesem 124er Programm hast du die Möglichkeit, 100.000 Euro von der KfW zu bekommen und das Ganze zinsgünstig. Das Schöne ist, das 124er Programm kann jeder kriegen. Losgelöst von irgendwelchen Modernisierungsmaßnahmen oder Ähnlichem hast du die Möglichkeit, wenn du eine selbstgenutzte Immobilie für dich kaufst, das Programm zu nutzen. Die Beantragung erfolgt über die Hausbank. Das heißt, hier hast du die Möglichkeit, bei der Planung mit deiner Hausbank oder mit deinem Finanzierungsberater auch immer ein KfW-Darlehen mit reinzurechnen. Wo ist der Vorteil bei so einem KfW-Darlehen? Also grundsätzlich ist es so, du hast meistens immer wirklich Top-Zinsen. Warum sage ich meistens? Weil es schwankt. Also die Zinsen lagen in der Vergangenheit wirklich bei Superkonditionen um die 0,75%. Aktuell sind die Zinsen ein bisschen gestiegen auf 1,08% für 10 Jahre Zinsbildung. Ist aber immer noch recht in Ordnung. Muss man sich konkret anschauen, ob du hier einen Zinsvorteil hast. Wie entsteht jetzt überhaupt so ein Zinsvorteil, wenn ich KfW mit einem Hauptdarlehen kombiniere? Das möchte ich dir gerne mal anhand eines Kundenbeispiels zeigen. Wir hatten ein Kundenpächen in der Beratung, die sich eine Eigentumswohnung gekauft haben und 300.000 Euro Darlehen benötigten. Und wir haben eins gemacht, wir haben mal zwei Angebote gerechnet und haben geschaut, was würde jetzt in dem Fall die Sparkasse Düsseldorf hier für diese 300.000 Euro an Zinsen haben wollen. Und die Kunden wollten eine 10-jährige Zinsbindung. Und in dem Fall war es so, dass die Sparkasse Düsseldorf den Kunden einen Zinssatz von 1,32% für diese 10-jährige Zinsbindung und für diese 300.000 Euro zur Verfügung gestellt hätten. Und dann haben wir eins gemacht, wir haben gesagt, okay, schon mal ganz gut, aber was ist denn, wenn wir jetzt da das KfW-124er-Programm noch mit integrieren? Und das würde dann so gelaufen, dass quasi nur 200.000 Euro als Hauptdarlehen von der Sparkasse Düsseldorf ausgewiesen wurden mit dem Zinssatz von 1,32% Und die anderen 100.000 Euro, die haben die Kunden sich von der KfW geholt und da gab es einen Zinssatz von 1,08%. Somit hatten die Kunden jetzt statt den 1,32% einen Mischzins, einen Durchschnittszins von 1,24%. Und das hat jetzt über 10 Jahre Zinsbindung, also über diese 10-jährige Laufzeit, eine Zinsersparnis gebracht und eine monetäre Ersparnis in Höhe von 6.550 Euro. Und das ist natürlich dann schon eine Menge Geld gewesen, warum auch diese Kombination extrem sinnvoll gewesen ist. Jetzt muss man wissen, dass KfW gewisse Rahmenbedingungen schafft und sagt, wir brauchen zum Beispiel in dem ersten, also mindestens ein Jahr eine tilgungsfreie Zeit. Man kann diese tilgungsfreie Zeit zwischen ein bis zu drei Jahren wählen und das bedeutet, dass man hier im ersten Jahr nur reine Zinskosten hat, aber nicht das Darlehen zurückzahlt. Das ist ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel ein Haus baut oder wenn man noch Umbaumaßnahmen durchführt, weil man da nicht so eine hohe Belastung hat. Es ist natürlich, wenn man jetzt sagt, naja, ich will eigentlich sofort mein Haus zurückzahlen, da nicht so optimal, aber das ist leider Gottes von der KfW so vorgegeben. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die KfW eine Mindesttilgung verlangt und die liegt bei 3,88% pro Jahr. Das bedeutet, nach zehn Jahren sind noch knapp von den 100.000 Euro noch knapp 65.000 Euro offen, aber die Tilgung ist ein bisschen höher. Normale Finanzierungen liegen bei zwei bis maximal drei Prozent von der Tilgungshöhe. Hier würde man für diese 100.000 Euro, jetzt in dem Fall bei meinen Kunden, würden die Kunden in dem Moment etwas mehr tilgen. Es hat aber von der Gesamtrate noch für sie gepasst, von der Belastung her gepasst, sodass sie dann auch sich für dieses KfW-Darlehen, für die etwas zinsgünstigere Variante auch entschieden haben. Grundsätzlich hast du auch die Möglichkeit, KfW zu nutzen, wenn du zum Beispiel auch eine Immobilie kaufst und vorhast, also die zum Beispiel vermietet ist und du davor hast, die Immobilie zu entmieten. Wichtig ist immer nur, dass der KfW bis zu einem Jahr, also innerhalb von zwölf Monaten, dann auch nachgewiesen wird, dass diese Immobilie eigengenutzt verwendet wird. Wenn du eine reine Kapitalanlage kaufst, das heißt die Immobilie auf jeden Fall vermieten möchtest, dann hast du keine Möglichkeit, das 124er Programm zu nutzen. Wenn du eine Mischimmobilie kaufst, also einen Teil vermieten möchtest, einen Teil selbst nutzen möchtest, dann darfst du auch KfW 124 nutzen. Also die Mischung ist möglich, nur bei einer reinen Vermietung dann nicht. Genau, ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar Dinge, die wissenswert sind bei dem KfW-Darlehen oder bei dem 124er Programm. Nämlich, dass du grundsätzlich eine Beantragung über die Hausbank durchführst, das heißt die Bank übernimmt hier auch sozusagen diesen Darlehensteil. Es führt manchmal aber sogar bei Finanzierungen dazu, dass wenn KfW integriert wird, dass dann auch die Bank erst die Finanzierung begleitet, weil die Bank für diese 100.000 Euro KfW-Darlehen auch nicht vollumfänglich haften muss, weil halt die KfW-Bank noch dahinter steht. Das heißt, in manchen Konstellationen ist es sogar sehr sinnvoll, auch KfW mit einzurechnen, um dann überhaupt auch eine Machbarkeit herzustellen. Also von daher immer mal durchrechnen, immer mit reinnehmen. Jetzt gibt es aber einen ganz wesentlichen Punkt, der noch wichtig ist und zwar bei der KfW könnt ihr immer nur 10 Jahre Zinsbindung wählen. Also ihr könnt 5 oder 10 Jahre wählen, 10 Jahre ist das Maximum. Und wenn ihr jetzt ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hast und sagst zum Beispiel, naja, ich würde aber schon gerne eher 15, 20, 25 Jahre Zinsbindung wählen, dann ist es so, dass das KfW-Darlehen früher abläuft als das Hauptdarlehen. Nämlich das KfW-Darlehen nach 10 Jahren und das Hauptdarlehen zum Beispiel nach 20 Jahren. Und nach 10 Jahren wären jetzt 65.000 Euro offen. Die müsstest du jetzt irgendwo Anschluss finanzieren oder zum Beispiel auch ablösen. Das ist genau der Punkt. Also entweder löst du das Darlehen jetzt ab und musst dementsprechend auch kein neues Darlehen mehr aufnehmen über diese 65.000 Euro. Oder du wirst jetzt schon ein Stück weit auch gezwungen, dann bei der Bank, wo das Hauptdarlehen liegt, das KfW-Darlehen weiter zu finanzieren. Weil die Bank ja nur eine Sicherheit, nur eine Grundschuld auf der Immobilie eingetragen hat. Und eine zweite Bank jetzt da ungern hingeht und sagt, okay, das Hauptdarlehen läuft bei der ersten Bank und diese 65.000 Euro, die jetzt bei dem KfW-Darlehen ausgelaufen sind, das übernehmen wir jetzt. Das würde dann auch zinstechnisch nicht so viel Sinn ergeben. Das bedeutet, bei einer langfristigen Zinsbindung in Kombination mit KfW könnte es bei dieser Finanzierung, bei der Anschlussfinanzierung später schon sehr einseitig sein, was die Angebote angeht. Und da könntet ihr jetzt zum Beispiel eins machen, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ich leiste keine Sondertilgungen über 10 Jahre in dem Hauptdarlehen, sondern ich packe mir sozusagen einfach 10 Jahre lang Geld weg, damit ich diese 65.000 Euro, die dann bei dem KfW-Darlehen offen ist, sofort ablösen kann und dann dementsprechend auch keine Weiterfinanzierung benötige. Übrig bleiben würde dann nur noch das Hauptdarlehen der bestehenden Bank. Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit dazu. Ansonsten könnt ihr leider keine Sondertilgungen bei der KfW leisten. Die Möglichkeit habt ihr dementsprechend nicht. Wie gesagt, das Geld könnte man dann anderweitig auf die Seite packen. Fazit kann man sagen, die Kombination eines Darlehens mit KfW ist zu 90% sinnvoll. Unsinnig ist es natürlich dann, wenn das Hauptdarlehen deutlich günstiger ist, also ihr zum Beispiel da 0,75% kriegt für das Hauptdarlehen und dann natürlich mehr beim KfW dann zahlen müsst. Ist aber sicherlich selten so. Meistens ist es natürlich so, dass hier die Finanzierung ein bisschen über den 1,08% liegen, was KfW bereitstellt und dann ist eine Kombination sicherlich schon sehr sinnvoll. Die Rate muss passen. Wichtig ist, dass die Immobilie eingenutzt wird und dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch die Förderung zu bekommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, Informationen braucht, kontaktiert uns gern, lasst uns auch ein Abo da für unseren Kanal. Schreibt gern mal in die Kommentare, ob ihr KfW 124 nutzen wollt, was ihr besonders gut daran findet und schaut euch gerne alle weiteren Videos an die Folgen. Bis dahin, viel Spaß. Bis dahin, viel Spaß. Bis dahin, viel Spaß.